Was sind die besten Möglichkeiten, um eine gute Sehkraft aufrecht zu erhalten? Eine gute Sehkraft kann auf verschiedene Weise aufrecht erhalten werden. Einzelpersonen können ihre Sehkraft schützen, indem sie regelmäßige Augenuntersuchungen durchführen, sich gesund ernähren, eine Schutzbrille tragen und unnötige Augenbelastung vermeiden. Die Wehen mit hohem Zuckergehalt, Rauchen, gefährliche Arbeitssituationen und ultraviolette Strahlen sind einige der Faktoren, die das Sehvermögen beeinträchtigen. Das Sehvermögen nimmt normalerweise mit dem Alter ab, aber regelmäßige Augenuntersuchungen und Korrekturbrillen können dazu beitragen, die Verschlechterung zu verhindern oder zu verlangsamen. Mit der Verschlechterung der Netzhaut geht ein Sehverlust einer, ein Zustand, der als Makuladegeneration bezeichnet wird. Früherkennung kann diesen Zustand verlangsamen. Das Glaukom, eine Erkrankung, die durch eine Schädigung des Sehnervs gekennzeichnet ist, kann ebenfalls frühzeitig erkannt werden. Obwohl nicht reversibel, kann das Fortschreiten dieser Augenkrankheit mit speziellen Augentropfen verlangsamt werden. Eine gesunde Ernährung kann dazu beitragen, eine gute Sehkraft zu erhalten. Stärkehaltige und zuckerreiche Lebensmittel erhöhen das Risiko einer Makuladegeneration. Eine erhöhte tägliche Aufnahme von Gemüse, Külsenfrüchten und raffiniertem Getreide wurde mit einer geringeren Inzidenz von Makuladegeneration in Verbindung gebracht. Diäten, die reich an antioxidativen Lebensmitteln sind, wie Blaubeeren, Spinat und Grünkohl, sind auch mit einer geringeren Inzidenz von Augenschäden verbunden. Ausreichende Mengen an Vitamin A in der Nahrung sind für ein gutes Sehvermögen unerlässlich. Es ist auch bekannt, dass dieses Vitamin bei der Behandlung von Nachtblindheit eine Rolle spielt. Karotten, Leber, Eier, Fisch und Milchprodukte sind reich an Vitamin A. Anstatt diese Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, können Vitamin A-Präparate eingenommen werden, sollten jedoch nicht in hohen Dosen konsumiert werden, da übermäßige Mengen die Augengesundheit negativ beeinflussen können. Ein gesundes Gewicht beizubehalten und regelmäßig zu trainieren ist ebenfalls wichtig für ein gutes Sehvermögen. Übergewichtige Menschen haben ein höheres Risiko, verschiedene Augenkrankheiten zu entwickeln. Hoher Cholesterinspiegel und Bluthochdruck können den Blutfluss in die Augen verringern. Regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung fördern die Durchblutung und schützen vor Augenproblemen. Einige Arbeitsbedingungen belasten die Augen übermäßig und erhöhen das Risiko von Augenschäden. Ein Beispiel dafür ist der endlose Blick auf einen Computerbildschirm. Dies kann manchmal zu trockenen Augen führen, die durch regelmäßige Pausen und die Verwendung spezieller Augentropfen behoben werden können. In anderen Arbeitsumgebungen können Personen fliegenden Partikeln, Chemikalien und Lichtstrahlung ausgesetzt sein. In diesen Fällen kann ein gutes Sehvermögen durch das Tragen von Gesichtsschutz und einer Schutzbrille erhalten werden. Zigarettengifte können Augenblutgefäßschäden verursachen. Raucher haben ein höheres Risiko an Augenkrankheiten zu erkranken als Nichtraucher. Das Aufgeben einer Rauchgewohnheit und die Vermeidung von Rauch aus zweiter Hand können dazu beitragen, die Sehkraft zu erhalten.